Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören Nachttot von Johanna Mo, gelesen von Simone Kaps und Julian Kreis. Ein neuer Schwedenkrimi mit der Ermittlerin H. Duncker. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Hanna Duncker folgte dem Kiesweg bis zum schmiedeeisernen Tor. Es protestierte mit lautstarkem Quietschen, als sie es öffnete. Die Liste von Dingen, die sie in Ordnung bringen musste, wurde länger und länger. Vor gut einem Monat war Hanna in das Weiße Holzhaus mit den hellblauen Eckpfosten gezogen. Es war nicht mal 50 Quadratmeter groß und lag am Rande des Dorfes Klever. Aufgewachsen war sie an der Ostküste Ölands, aber dorthin konnte sie unmöglich zurückkehren. Denn dort wäre sie für immer nur Lars Dunckers Tochter. Im Herbst hatte Lars sich endlich zu Tode gesoffen. Und während Hanna allein ihr Elternhaus ausräumte, hatte sie plötzlich gewusst, was sie wollte. Das erste Mal seit so vielen Jahren über die Ölandbrücke zu fahren, hatte eine heftige Sehnsucht in ihr geweckt. Eine Sehnsucht nach all dem, was ihr in Stockholm fehlte. Denn Öland war ihr Zuhause. Es war nicht unbedingt klug gewesen, sich ein derart reparaturbedürftiges Haus zu kaufen, aber ein besseres hatte sie auf die Schnelle in ihrer Preisklasse nicht finden können. Denn nachdem ihr Entschluss einmal feststand, hatte sie nicht die Geduld gehabt, sich Zeit zu lassen. Innerhalb von drei Wochen hatte sie ihre Wohnung in Stockholm fahr und das Weiße Haus gekauft und gleich noch eine neue Stelle aufgetan. Erst dann hatte sie ihren Bruder Christopher in London angerufen und ungefähr die Reaktion geerntet, mit der sie gerechnet hatte. Du bist doch nicht ganz dicht, hatte er gebrüllt. Seitdem hatten sie und Christopher nicht wieder miteinander gesprochen. Sicher, auch sie hatte ein paar harte Worte an ihn gerichtet. Zu viel Wut hat er sich angestaut, weil er nicht mal zur Beerdigung gekommen war, weil er ihr alles Praktische überlassen hatte, inklusive Nachlassverzeichnis und der Auflösung ihres gemeinsamen Elternhauses. Sie waren im Abstand von einem Jahr zur Welt gekommen. Eine Zeit lang waren sie wie Zwillinge gewesen. Gleich am ersten Morgen im neuen Haus hatte Hannah mit einem Ritual begonnen, die 700 Meter bis zum Strand zu gehen. Nach etwa 50 Metern kam sie an Ingrids grauem Steinhaus vorbei, das sicher doppelt so groß war wie ihr eigenes neues Heim. Heute Morgen saß Ingrid mit geschlossenen Augen in ihrer Hollywood-Schaukel, eine Decke über die Beine gebreitet. Ihr Haar war silbergrau, das Gesicht faltig. Die Ähnlichkeit mit Hannas Großmutter war frappierend. Seit das große Vergessen sie ereilt hatte, fristete ihre Oma genauso ihr Dasein. Hannah versuchte unbemerkt an der Nachbarin vorbeizuschleichen. Gerade wollte sie am liebsten mit niemandem sprechen. Nicht mal mit Ingrid. Doch da schlug Ingrid die Augen auf und die Ähnlichkeit war fort. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das Hörbuch könnt ihr kostenlos im Probe-Apo bekommen. Schaut in die Beschreibung, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Das Hörbuch gibt es in einer ungekürzten sowie in einer gekürzten Forderung. Das gekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 9 Stunden und 34 Minuten. Das ungekürzte Hörbuch geht ca. 2 Stunden länger und hat eine Laufzeit von 11 Stunden und 15 Minuten. Das Hörbuch ist am 5. Juli 2021 bei Random House Audio erschienen. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Das Hörbuch ist ein Abo da und die Glocke aktiviert.